Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich werde dich darauf ansprechen. Ich will Schauspieler werden. Ich will Schauspieler werden. Ich muss Schauspieler werden. Das ist meine einzige Hoffnung. Ich hab sonst nichts anderes zu verlieren, sag mal. Ich bin jetzt vier Jahre auf der Straße und hab vier Jahre keinen Job gehabt. Ich schaff das. Ich träum wieder zu viel. Trübe doch meine Traumfläche. Ich werde abträumen. Aber wenn das klappen sollte, ich muss auch dann BAföG beantragen. Wohnungen, dies, jenes. Ich weiß nicht, wie das alles geht, ey. Aber wenn ich hier bleibe, kannst du vergessen. Hier, ich lebe hier schon seit 21 Jahren. Ich bin hier eins. Ich bin mit eins und bin doch immer in diesem scheiß Viertel. Ich muss raus von hier. Aber trotzdem ist das schönste Viertel. Ich bin mit einem Eich-Viertel hier. Das ist das besser. Das ist mit einem Eich-Viertel. Das ist der Samurai. Der ist ja oben. Der ist jetzt hier. Wo soll ich ihn denn sein? Wir müssen entfernen, Wir müssen entfernen. Vielen Dank.